Du schaffst es! So, jetzt speichere ich aber. So, na gut, jetzt müssen wir ihn töten. Kann ich sein, Herr? Schade. Spar dir dein... Na schön. Dich greif ich mir! Lauf das hier! Nicht tödlich! Ah, was ist Chani tot? Ah, warte mal. Ich lade lieber noch mal. Ah, nee, Chani darf natürlich nicht sterben, das ist natürlich blöd. Hm. Ah, man, ich lade lieber noch mal. Mann, Mann, Mann. So, warte mal, ich geb der Chani lieber noch mal ein paar Groks, damit sie sich heilen kann. Ich hab noch Grok übrig. So, Chani hat aber schon zwei... Hier nur ne Flasche. Hier. Mimm eine Flasche. Gut. Und noch ne. Hier. Mimm eine Flasche. Danke. Oh, wie das reicht. Aber vielleicht sollte sie hier warten. Warte hier. Gut. Macht euch frei und lasst euch führen. Alles ergibt einen Sinn. Eigentlich brauche ich ja schon jemanden Unterstützung, ne? Eigentlich brauche ich schon Unterstützung. Ne, komm mal mit. Weil ich alleine gegen die beiden ist auch ein bisschen heftig. So, schnell, 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 schnell. Sch... Na, sch... Ich greife ich mir! Alter! Alter! Nein! Boah! Boah! Gar nicht so einfach. Hm. Häh? Warum ist der denn so komisch grad gesprungen? Das Schicksal wird den belohnen. Der ist mit offenen Armen und Sehnen und Lobes gemächt. Vielleicht sollte ich mit den Häuptlingen reden. Vielleicht ist das auch gar nicht so dumm. Dass wir den warnen gleich. Ich habe es gewöhnt. Hört meine Freunde. Hört meine Freunde. Da kriegen wir ja Unterstützung. Weil der muss ja wissen, dass das ein Feind ist. Hier, Garcia hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. Garcia hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. Wie meinst du das? Er hat sich als Protector Corrientes ausgegeben und sich in deinem Dorf eingenistet. Nein, das ist unmöglich. Garcia ist irgendwo da draußen und wartet auf den richtigen Moment uns anzugreifen. Corrientes wird uns vor Garcia beschützen. Er ist ein ehrbarer Mann. Du musst dich irren. Ich sehe schon. Die Sache werde ich allein machen müssen. Ach Mann. Das gibt es doch wohl nicht. Wie kann er denn so naiv sein? Mann. Na ja. Dann müssen wir wohl durch. Nützt ja nichts. Hört meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision. Wer bist du? Bin Egers. Und? Wie läuft's? Geht. Bin ich so zufrieden heute? Was ist los? Soll mich um die Grabräuber kümmern. Hab aber gar keinen Bock drauf. Tja. Befehl von deinem Kommandanten nehme ich an. Wärst wohl lieber wieder auf See. Wärst wohl lieber wieder auf See, ja? Ähm. Nein. Eigentlich nicht. Find es ziemlich gut hier. Die Marakai geben mir Essen und ich kriege meinen Schlaf. Wird viel lieber hier bleiben, als mich im Dschungel mit den Grabräubern zu schlagen. Außerdem könnte ich dann meine Pistole zu Ende bauen. Du baust Pistolen? Ja. Aber nur so zum Spaß. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Hm. Mit Grabräuber meinst du Garcia's Leute? Wo sind die Grabräuber, die du suchen sollst? Äh. Unterrichte mich mal. Unterrichte mich. Zeig mal, wie ich Pistolen im Gespräch verwenden kann. Zeig mir, wie ich Pistolen im Gespräch verwenden kann. Du musst deine Pistole locker im Gürtel tragen. Sitzt sie zu fest, kannst du sie nicht unbemerkt ziehen? Dann erzähl deinem Gegenüber irgendwas Spannendes. Dabei ziehst du die Knarre und drückst ab. Das ist alles. Ah. Na gut. Mit Grabräubern meinst du Garcia's Leute? Genau. Die Piraten haben sich die Ahnengräber vorgenommen. Selbst der Häuptling liegt mir schon in den Ohren deswegen. Hm. Und wo sind die Grabräuber, die du suchen sollst? Wo sind die Grabräuber, die du suchen sollst? Sie haben sich über den ganzen Dschungel verteilt. Schwer zu sagen, wo sie sind. Aber ich weiß, dass ein kleiner Trupp von ihnen die Ahnengräber im Osten plündert. Wenn ich wenigstens die erwischen würde. Hm. Gib dir keine Mühe. Ich kümmere mich natürlich darum. Ich weiß. Ich muss mich ja... Gib dir keine Mühe. Ich kümmere mich um deine Grabräuber. Ja, wir machen alles. Du? Warum? Tja. Warum eigentlich? Gute Frage. Ich würde sagen, das überlege ich mir unterwegs, warum ich deine Arbeit erledige. Äh, ja. Gute Idee. Mach das. Dann kann ich so lange... Dich von den Eingeborenen bedienen lassen. Hehehehe. Genau. Ich hatte eine Vision. Hm. Aber... Naja. So eine ähnliche Mission hatten wir doch eh schon. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Okay. Speichere ich nochmal. So. Gassir, jetzt bist du tot. Bla 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 bla. Ach! Hier. Nicht. Ah. 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 So, den habe ich schon mal. Was, die sind jetzt alle gegen mich? Wie, auch das ganze Dorf, oder was? Ich bin beeindruckt. Gibt's doch wohl nicht. Oder sind die nur so lange da, solange das hier lebt? Ah, okay, dann nochmal einen rausfinden. Sonst müssen wir den U am Leben lassen, erstmal. So, komm, noch einmal versuchen. Ich greife ich mir! Ah! 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 Entschuldigung, bin ein bisschen verschnupf, wenn man das merkt. Okay, noch einmal. Na, ich greife ich mir! Hallo? So! Ah, Mist, ich habe vergessen zu... Ah! Ich war so drauf fixiert, ihn jetzt zu töten, weil das sah so gut aus und... ...hab mich vergessen dabei zu heilen. Hm. Okay, noch einmal! Und ansonsten machen wir die lieber die anderen Quests sonst. Stuttgart kommt aus dem Wasser zu! Ich hab... ...sch... ...na sch... ...ich greife ich mir! Ah! 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 Ach, halt Richtung. Nein! Ah! fast ganz knapp man kann es schaffen kann es schaffen aber ich will glaube ich das noch mal hier was war das jetzt hier alles benutzbares genau das machen wir lieber auf die drei die vier sind man das eigentlich tragen des diebes drang der klingen vielleicht sollte ich das mal lieber noch trinken vorher drang des schutzes ist vielleicht auch nicht falsch okay so werden wir das mal trinken bevor wir da loslegen ähm ok drücken wir die fünf die sechs ich ich greife ich mir ja 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 Ich will flutzehn. Jihah, Chiraka! Okay. Lass... Ah! Ich... Ah! Fast... So, jetzt will ich das aber jetzt erlebigen. Okay, die 5... 6... Ah! Was schon? Ah! Ich hab da... Na, ich greife ich mir! Ah! Ah! Hab doch gedrückt! Ah! Okay, nochmal. Ja, ich mach das jetzt auch, weil die Aufnahmezeit ist auch bald vorbei, die ich vorhatte. So. Ups! Ich hab ne Kappen schon. Na... Ich greife ich hier! Ähm! Ah! 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 Wir haben... Das hier erledigt! Fest gescheitert, der geheime Zugang! Ah! Keine so gute Idee gewesen, oder? Was, die sind ja alle gegen mich, oder was jetzt? Na ja, ich glaube wir lassen das lieber erstmal mit den Gassir, weil sie ist ja die ganzen Quests dann werden gescheitert und das ganze doof ist dann gegen uns, weißt du lassen wir das lieber, ja? War keine gute Idee, obwohl ich weiß der muss sterben, der Gassir ist eindeutig, aber ich glaube das lassen wir lieber, machen wir irgendwie anders.